Das machst du in meiner Wohnung. Moin Freunde und willkommen zu meiner allerersten Roomtour. Richtigen Roomtour, wo alle natürlich drauf gewartet haben. Ja, viele haben schon gefragt, wo bleibt die Roomtour? Es ist jetzt der 11. Dezember. Es ist nicht der 11. Dezember. Es ist der 8. Dezember. Es ist ein wunderschöner Freitag und da dachte ich mir, es wurde freitags Putz gemacht mit Mutti. Grüße gehen raus. Oben dir. Deswegen kommt eine Roomtour. Und hinter der Kamera ist Alex. Danke für den Film. So, jetzt müssen wir natürlich zur Garderobe. Das ist hier schon das erste It-Peace, meine Freunde. Hier habe ich so meine ganzen Schuhe. Die Schuhe. Und hier oben sind meine Motorradhelme. Und hier sind noch meine andere Schuhe. Noch meine Schuhe. Und eigentlich ist tatsächlich das hier nicht mal zum Hinsetzen gedacht, aber es macht halt jeder und es hat schon Dellen, aber egal. Und ich habe das hier ganz clean mit einem Vorhang retuschiert. Ja, ich mag die Ecke sehr. Hier ist auch mein Tatjuro-Teppich. Feiere ich. Wir haben uns nämlich erst gedacht, wie machen wir das am coolsten, dass es nicht so auffällig ist. Und ich finde das eigentlich clean, weil eine Garderobe muss man ja nicht so sehen. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir noch nicht ins Hauptstück. Dann ist hier mein Flur. Anfällt, meine Wohnung hat um die 130 Quadratmeter. Aber ich habe auch einen relativ großen Balkon. Das heißt, da gehen viele Quadratmeter auch weg. Also außerhalb der Wohnung auf dem Berggrund. Deswegen wird das auch mal hier geklärt, dass wir viele haben immer gefragt, Juffi, wie viele Quadratmeter hast du? Jetzt wisst ihr es. Es ist eine viereinhalb Zimmerwohnung oder fünf. Ich weiß es nicht, weil irgendwie wird die stelle ich ja auch als Raum gezählt. Und das hier ist auch noch nicht fertig. Also hier möchte ich für ein Bingo meinem Kater. So ein Katzenparadies, wo der so überall hinklettern kann. So ein bisschen komplett die Runde hier rummachen. Falls ihr mich hier schon seht, habe ich hier auch ein Katzenrad. Warte, Bingo! Guck mal her! Geht Bingo rein, wenn ich das sage. Bingo, hier! Lauf! Und da wird er seine Kalorien verringern. Und mach mal schneller, schneller! Mach schneller! Ja, das hatte ich noch aus meiner ersten Wohnung tatsächlich, weil die nicht so groß war. Und mir hat Bingo dann leid getan, wenn ich so rumrennen konnte. Deswegen habe ich ihnen das damals geholt. Aber irgendwie, weiß ja nicht, wie man rennt anscheinend. Egal. Egal. Ist trotzdem top. Und die Wohnung ist jetzt an sich auch groß genug, dass er auch rumrennen kann. Das freut mich auch. Der hat auch seinen Spaß. Wir gehen in den ersten Raum. Der ist eigentlich nicht besonders. Das ist einfach nur ein Abstellraum. Das ist ja ein Abstellraum. Wir nennen es immer Lager. Das heißt, hier habe ich halt meine ganzen Technik-Sachen gelagert. Das sieht jetzt unordentlich aus. Aber tatsächlich weiß ich ganz genau, was hier wohl ist. Langeladenkabel, HDMI für meinen ganzen USB-Stecker, Kopfhörer, Mikro, Kamera. Da habe ich hier alles. Das sieht unordentlich aus. Aber das ist tatsächlich sehr ordentlich. Dann habe ich hier meine großen Rucksäcke gebunkert. Oder wenn ich reiße, halt meine ganzen Koffer. Eigentlich als erstes war mir gedacht, dass ich hier so einen Raum mache, wo ich einen Beamer mache. Und dann wie so ein kleines Kino. Aber war es dann doch nicht. Und hier habe ich meine ganzen coolen Mützen und Hüte gebunkert. So, dann gehen wir ins nächste. Ah, und hier, by the way, ein fetter Slotty-Empunkt. Wenn ich Besuch habe, die Leute müssen nicht verdorsten. Wichtig. Ja, erster Raum und Spektor-Gelei. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Raum, der genauso langweilig ist. Aber wichtig. Und eigentlich, wo ich auch dankbar bin, dass ich so einen habe. Hä, wie rede ich gerade? Und dass ich eigentlich auch dankbar bin, dass ich so einen habe. Das ist nämlich ein Wirtschaftsraum. Das heißt, hier mache ich einfach meine Wäsche. Und ich finde das eigentlich cool, weil wir haben das cool geregelt. Wir haben hier die zwei Waschmaschinen, beziehungsweise eine Waschmaschine und Wäsche trocknen. Hier extra ein Schiebe- Schiebewäschekorb oder so. Ein Schiebewäschekorb. Schwarze Wäsche, helle Wäsche. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen meine Lebensmittel, so was man vielleicht im Keller auch stehen hat. Putzsachen. Hier ist meine Werkstatt. Letztens kam der Elektriker und hat gesagt, das ist so eine richtige Frauenwerkstatt. Das verstehe ich nicht. Ich habe mir Mühe gegeben, dass ich wirklich gut equippt bin. Aber anscheinend meinte er, das ist nicht so gut. Meine Putzsachen hat ja alles seinen Platz. Darauf haben wir Wert gelebt. Tatsächlich benutze ich diesen Raum nicht so oft, denn das macht meine Mutter. Ich lebe zwar alleine, aber meine Mama ist vielleicht die Putzfee hier. So, wir gehen jetzt ins nächste unspektakuläre Zimmer. Aber dennoch schöner, denn das ist mein Gästeklo und ich habe das erst letztens frisch und neu gemacht. Das ist halt für Gäste. Ich habe hier wirklich... Guck mal, das ist so... Ohne du Timex hier. So, ich habe hier Männer-Deo, Frauen-Deo, Raum-Spray, alles was du brauchst. Medizinschrank bin ich auch sehr stolz, dass ich so einen habe, weil irgendwie... Wer hat einen Medizinschrank? Denn das ist cool. Und sonst haben wir das richtig niedlich eingerechnet. Ich finde das toll. Hier hat doch, bingo, seine Hut. Seine Hut. Und, funfake, wir haben Ikea-Schuhregale als normales Regal genommen, weil das richtig clean zum Aufmachen ist. Also hier haben wir alles Mülltüten, Tüten, Hundefutter. Das ist schlau im Schuhregal eigentlich. Schön. Ich mag den Raum. Und guck mal, die Lampe, die ist so ästhetisch. Meine... Die, die wissen, die wissen. So. Und das Coole ist, der Raum hat sogar... Klima... Nee, eher könnte ich ein... Weil hier ist ja kein Fenster. Kein Fenster. Schlau. Gut. Und wenn wir schon im Gästebad waren, gehen wir jetzt in mein Hauptbad. Ob das überhaupt Leute interessiert, weiß ich nicht, aber ich finde mein Bad cool, deswegen zeige ich es. Wenn wir hier reinkommen, sehen wir eine wunderschöne Badewanne. Die benutze ich zwar nicht allzu oft, die ist so ein bisschen dreckig und hier liegen 5 Cent. Badewanne ist cool, das ist noch ein bisschen leer. Ich weiß nicht, was ich da so hinmachen kann. Meine Dusche, die finde ich wiederum cool. Regendusche, ja. Und hier, da ist so Pflanzen. Fake. Aber das ist sehr cool. Flandfake. Baby-Eyld-Box ist da auch, ja. Get naked. So, dann haben wir hier noch meine zwei... Ah, das wird jetzt auch Alex... Meine zwei Waschbecken. Guck mal, das ist für Selma. Selma hat direkt eine Zahnbürste. Die ist auch mit drin. Und die Toilette. 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 Oben ist dann meine Parfums. Ich habe nicht so viele. Finde ich auch komisch, wenn man so viele hat. Skincare. Hier Zeug, was man so... Was man halt so braucht. Und hier meine süße Leiter. Das ist mein Bad. Ich mag das sehr. Ich fühle mich auch sehr wohl. Ich liebe es, wenn ich mich in solchen Räumen pure fühle. Obwohl es eigentlich nur das Bad ist. Und jetzt, meine Freunde, kommen wir zum Gäste-AKA. Zweiter Streamingraum. Ist aber noch nicht fertig, weil ich zu voll bin, das aufzubauen Raum. Das ist auch alles voll, weil wenn Leute so Feinpaket und so schicken, hat es gerade noch hier so seinen Platz. Also hier ist ein kleines Kuschelfaradies anscheinend. Ich habe da alle Kuscheltiere hingepfeffert. Und da können dann halt Leute schlafen. Beziehungsweise mache ich dann auch hier immer bei Sabaton meine Schlafstreams. Also ich werde dann diese geile Kamera so hinrichten. Dann kann ich da perfekt schlafen. Dann haben wir hier meinen Minikühlschrank. Auch sehr cool. Ja, habe ich momentan hier, weil ich habe drüben keinen Platz mehr. So, meine Freunde, da muss noch ein Setup gebaut werden. Und kleiner Shoutout an HP. Denn sie haben mir hier einen mächtigen Monitor zugesendet. Nicht nur einer, sondern zwei. Der Ernst ist mein Hauptsetup. Und ich kann den wirklich herzensend empfehlen. Ich habe die Packung falsch rum, merke ich gerade. So, hier. 165 Hertz. Man braucht nicht mehr. Ich finde es top. Man kann diesen Ständer hier wirklich 180, 360 Grad alles drehen. Es ist momentan der Beste auf dem Markt. Also wirklich, ihr kriegt kein besseres Modell. So, und falls ihr vielleicht für Weihnachten einen neuen Monitor braucht, dann könnt ihr gerne mal in der Beschreibung schauen. Da habe ich den Monitor verlinkt. Das ist auch gerade der günstigste. Also die haben den runtergesetzt. Ich habe für euch geregelt. Ich habe mit HP geredet, dass ich hier wirklich eine Rabatte für euch bekomme. Und habe ich tatsächlich. Hier seht ihr nochmal. Ihr könnt den umstellen, wie ihr wollt. Und es ist ein arschgeiles Gerät. Weil ich hatte bis jetzt immer noch von ein paar anderen Marktbesuchmonitore, aber waren halt decent. Und hier ist schon krass. Also sage ich jetzt ohne Scheiß, ist wirklich krass. Also, kusst an HP und ja, checkt den Link ab. Ist nämlich billig. Und der Beste. Es ist legit der Beste auf dem Markt. Der Beste in diesem Universum. Ihr versteht das nicht. Zack, wir gehen in den nächsten Raum. So, den Raum kennt ihr wahrscheinlich schon von meiner ersten, von meinem einen Vlog, wo ich in Ikea war, wegen meinem Schlafzimmer. Aber da hat sich auch nochmal einiges getan. Lieb ich auch. Slay. Habe ich auch alles extra heute aufgeräumt. Hier. Wo? Mein wunderschöner Schminkspiegel. Ich liebe ihn immer noch wie an Tag 1. Habe ich... Oh my God. Oh hell no man. What the f***? Sogar heute. Bitte. Guck mal. Ja, der geht ja schriech. Schriech. Hallo? Ist das drin? Äh. Ja, okay. Scheiße. Auf jeden Fall habe ich den heute wunderschön aufgeräumt. Ja, Schrank ist suboptimal. Würde ich nicht empfehlen. Habe ich irgendwo von Otto geholt. Keine Ahnung. Aber wir haben hier das Custom Nice. To head. Selber so goldene Henkelrand. Die war eigentlich nicht da, weil er eigentlich macht mir den nur so auf. Aber geht auch nicht mehr als kaputt. Hier mein goldenen Spiegel. Da möchte ich mal hier so... Ja. Ja, hi Leute. Willkommen zu euren Heinz. Das ist so süß. Ja, was ich sagen wollte, ich finde es wunderschön. Wir haben das hier auch per Vibe is pretty. Weil, warum ist mein Weif pretty? Weil guck mal, wie schön ich das dekoriert hier habe. Wow, das ist... Ich habe hier meine kleine, tolle Ecke zusammengestellt. Wir haben hier ein Poster. Ich weiß gerade nicht, von wem die waren, aber habe ich schon mal in meiner Insta-Story grüßen gehen raus. Dann habe ich hier DIY selber gemacht. Sieht jetzt nicht perfekt aus, ich weiß, aber so Efeu-Pflanzen da oben runter hängen lassen, weil irgendwie fand ich die Ecke da oben süß, um das hinzumachen. Dann habe ich hier meine Pilzlampe und ich habe hier sogar richtiges Kabelmanagement hingepfeffert. Deko und sonst sind die Schränke tatsächlich alle leer, denn ich habe das geholt und wusste eigentlich nicht, was ich reintun sollte. Eigentlich habe ich gedacht, ich bringe mehr Stauraum, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. Das Einzige, was hier drin sind, sind meine Brillen, weil ich nie genug kriegen kann. Jetzt kommen wir auch zu meinem kleinen, aber feinen Ankleidezimmer. Das kennt ihr auch schon. Hat sich jetzt auch nicht viel geändert. Das ist halt ein Ankleidezimmer. Doch, es sind noch mehr Klamotten dazugekommen, die keinen Platz hier mehr finden tatsächlich. Ja, das ist auch schön. Und ich habe ein paar Klamotten. Die brauchen ihren Platz halt. Und hier ist alles noch voll, ihr wisst. Hier haben wir noch ein paar Caps hingehangen von James Cool. Dann hier draußen geht es auch zu einem Balkon, aber den Balkon, btw, werde ich nicht so krass zeigen, denn mein Balkon, könnte man meinen, geht einmal ums komplette Haus rum. Man nennt es auch Haus mit einer Alexa. Wie nennt man denn Haus mit mehreren Etagen? Hi Phoebe. Hi Phoebe. Ein Haus mit mehreren Stockwerten wird allgemein als gestapeltes Haus auf zwei Ebenen oder als Haus auf zwei Ebenen bezeichnet. Drei Ebenen. Alexa, wie nennt man eine große Wohnung noch mit großem Balkon? Eine große Wohnung mit einem großen Balkon wird normalerweise als Luxuswohnung bezeichnet. Ja, okay. Das meine ich nicht. Das ist so... Wo ist die ab? Ja, das meine ich nicht. Auf jeden Fall liebe ich das auch hier, aber ich kann es jetzt nicht im Detail sagen, aber ich komme. Wir gehen nochmal weiter. Und hier haben wir, by the way, meinen wunderschönen Nachtschrank. Ich liebe den. Der sieht so edel aus. Eine Marmorplatte obendrauf. So ein geiles Produkt. Bleib schie. Gut, wir gehen weiter. Jetzt, meine Freunde, kommen wir tatsächlich schon zum Hautstück. So, wir sehen jetzt hier Bingo in der freien Natur. Man denkt sich jetzt, warum sitzt dieser Kater so? Wir können es ganz einfach erklären, denn da ist eine Stinkwanze. Und diese Stinkwanze wird von Ihnen beobachtet. In den meisten Fällen schlägt er sie tot, aber Stinkwanzen schlinken extrem. Wenn sie platt sind. Deswegen nehme ich sie tatsächlich auch nicht, sondern Bingo. Wir nehmen die gute DM-Schokolade. Du leuchtest da jetzt drauf. Gut, wir haben sie, wir haben sie. Geh weg. Geh weg. Ah, riesiger Fege. Ich schwor, ich habe die noch nie fliegen gesehen. Oh mein Gott. Hey, bitte. Junge, diese Sch*** bezahlen keine Miete seit zwei Monaten. Ich habe keine Lust mehr. Der Brie vermehrt sich hier wie, keine Ahnung was. Ich schicke die jedes Mal raus. Und trotzdem fände die wieder rein, nur weil es nicht zu kalt draußen ist. So, jetzt kommen wir aber zu meinem absoluten Lieblingsherzstück in der Wohnung, wo ich mich auch immer jeden Tag aufhalte und meinen Arbeitsplatz habe und esse. Das ist nämlich die Küche. Ja, was soll ich sagen? Ich bekomme Daily Komplimente, aber auch zu Recht. Ich liebe sie. Das ist meine matt, schwarze Küche von Pro-Objekt-Einrichtungen mit meinen wunderschönen Barhockern. Die sind wunderschön, weil mir war es ganz wichtig, dass ich... Ich wollte unbedingt eine Küche haben mit so einem Art Bartisch und halt mit Barhockern. Ich wollte keinen richtigen Esstisch haben. Und mir war es so wichtig, dass ich dann wenigstens Barhocker habe, die auch bequem sind, weil ich glaube, viele kennen das. Man setzt sich auf diesen Barhocker, du hast entweder das jetzt so da oder du krachst fast um, weil das Ding nicht richtig hält. Aber hier, die sind so super. Ich liebe sie auch mit diesen goldenen Akzenten, mit den goldenen Beinern. Finde ich wunderschön. Dann habe ich hier oben auf der Küche meine ganzen Anime-Figuren hingestellt. Fand ich irgendwie geil, ist so ein Vibe, weil die Küche ist ja gleichzeitig offen zu meinem Setup. Das seht ihr dann auch gleich nochmal. Und ja, sonst habe ich hier ein bisschen Gläser-Mäser hier so ein bisschen... Wir können mal reingucken, was ich so habe. Wörze, Wörze. Und hier, Schauders gehen raus an alle deutschen Mütter. Kriegt ihr irgendwie ein... Wenn ihr das seht, also das ist halt... Ich habe wirklich, ihr müsst mal überlegen, ein Glasschrank, der wunderschön von außen aussieht, wird gefüllt mit nur Tupperdosen. War das meine Idee? Nein. Aber naja. Dann, Bingo geht auch gerade schon zu seinen Essensplatz. Da hat er nämlich einen Futterautomat. Richtig cool, der geht nochmal automatisch. Bingo ist da oben, weil ich habe ja auch noch einen Max, mein Hund. Und wenn das Essen von ihm unten ist, dann ist das Max weg. Deswegen müssen wir ihn ein bisschen hochterapieren. Diese Lichterkette da oben geht auch abends immer an, aber es ist noch nicht so spät. Hier habe ich noch meine zwei Pokale von Stream Awards. Mit dem besten Jumpscare und die beste Newcomerin 2023. 22 oder so? Keine Ahnung, ich glaube 2022. Grüße gehen raus. Und ja, dann habe ich hier unten noch so ein paar Jim Redd-Sachen. Habe ich extra versteckt, weil immer wenn hier Leute kommen, die sneaken alles weg. Ja, und hier ist noch ein Licht für meine Kochstreams, weil es bleibt halt da hinten, logisch. Dann haben wir nochmal einen wunderschönen Wasserhahn. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, falls ihr noch wisst, wie hoch erwirblich man ihn... Wie ich ihn erwerben konnte, ich habe doch keine Ahnung. Ja, komm, wir zeigen es hier nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Das ist ein KUKA-System. Das heißt, hier unten ist so ein System, wo dann auch gleich die Kulensäure rauskommt. Und also diese Dinger halt und dieses Gerät. Das kann nämlich... Sprudelwasser. Das ist Sprudelwasser. Vorzüglich. Boah, das hat viel Sprudel. Dann, wenn man länger gedrückt hat, das ist gekühltes Wasser. Und dann, warum das eigentlich so teuer ist, glaube ich. Und das, meine lieben Freunde, ist der Tee. Denn damit kann ich wirklich Nudeln innerhalb zwei Minuten kochen. Mein Tee ist perfekt. Also ich brauche keinen Wasserkocher, das ist übercool. Ja, dann haben wir hier noch mein Zeugbisschen. Wir haben hier ein... Oh mein Gott, wie schräg hängt das jetzt, das Bild. Hier so Zeugmixer, mein Entsafter. Hier habe ich meine Kartoffeln, Knoblauch, Zwiebeln. Und da oben ist noch mein Here-to-Play-Button. Hunderttausend. Mikrowelle, Toaster. Ist jetzt, finde ich nicht so schön da, aber wir haben noch keine schlauere Variante gefunden. Und meine Kaffeemaschine. Dann habe ich hier noch meinen Kühlschrank. Und die Leute denken, das ist zu intim, aber bei mir ist das egal. Hier, könnt ihr mal reingucken, was ich so habe. Ja, das war es auch schon. Wollte ich hier auch noch reinschauen. Tiefkühl. Ich habe ganz viel Spinat tatsächlich. Falls ihr Spinat braucht. Ich habe Spinat. Ich achte, by the way, sehr darauf, dass das alles ein bisschen ordentlich ist. Vor allem hier in dieser Küchenrichtung. Ihr seht auch hier, ich habe, na alles so ein bisschen, hat es einen Platz. Hier fehlt jetzt ein bisschen was, weil es im Geschirrspieler ist. Hallo Kitty. Hallo. Warum ist das Dreck? Das, weil hier war Handwerk ab, wegen dem Ding. Deswegen das Dreck geschnallt. Hier, ich zeige euch jetzt einfach alles. Komm, scheiß drauf. Goldenes Besteck. Was soll der Geiz, gell? Mit dem goldenen Wasser? Was soll ich denn machen? Ist das doch so gut? Goldene Messer. Bingo auf der Herdplatte. Die Kommentare. Phoebe, du bist eine Tierqueterin. Was ist, wenn die Herdplatte angeht? Kindersicherung. Da geht nichts an. Also der muss ein Mensch sein, wenn er weiß, dass er da fünf Sekunden draufdrücken muss und dann auf eine andere Tasse nochmal fünf Sekunden. Ist in der Türi nicht machbar, deswegen. Guck. Ist sein Lieblingsplatz. Was soll ich machen? Ich wäre eine Tierqueterin, würde ich ihn wegscheuchen, okay? Wer mag das da? Der findet das toll, weil Katzenbild in Vierecke. Ja. Dann habe ich hier auch noch frisches Obst. Immer. Also legit, bei mir wird kein Tag vergehen, wo ich hier kein frisches Obst habe. Und hier noch ganz cool eine Tablethalterung. Und jetzt noch cooler. Passt auf. Sehr lichter. Warm. Kalt. Hier. Ich mache das aus. Jetzt sieht man das nochmal. Warm. Warm. Kalt. Kalt. Ist schon cool. Ja, die Lichter sind cool, ja. Prost, ja. Gut. So. Ey, oh mein Gott. Guck mal, wie schräg das Bild hängt. Nein. Soll ich das mit fixen? Ah. Und gefixt. Das ging ein bisschen schnell. Dann hielt die Ecke, finde ich auch ganz schön. Das ist mein großes Fenster. Mit Gardinen, Wappel, da habe ich nicht dran gemacht. Mein Tankbaum. Sehr schön. Und Alex hat mir einfach was zu Nikolaus mitgebracht. Ein Nikolaus-Strumpf. Mit ganz viel Süßes. Das ist voll nett. Ich hatte es. Voll feinlich. Nein, das ist feinlich. Und jetzt kommen wir auch nochmal zu meinem Lieblingsplatz und zwar hier, mein Setup. Ihr seht schon, auch mein Sofa mit am Start. Ich glaube, wir müssen wieder Licht anmachen. Das ist so bequem. Wirklich, Leute. Ich habe mir einfach anscheinend aus Versehen ein Kino gebaut. Die Blaise-Echen ist auch ausgegangen. Schade. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, was dieses Sofa kann. Nicht nur, dass es extrem cool aussieht und nicht nur, dass es sich vielleicht nur 40 Leute holen würden. Ich habe hier eine Vireless-Charger. Da kannst du dein Handy drauflegen, dann lädt das. Hier sind für die Fernbedienung. Dann haben wir hier Licht. Dann können wir hier mein Handy laden, wenn das hier hat, innen drin. Ein Stecker, USB und USB-C. Das habe ich hier schon parat, wenn ich laden will, logisch. Und wir können den Lachs, wenn Max sich nicht gerade seinen Hundekorb setzt, können wir das hier auch noch ausziehen. Und dann ist es ein Bett, beziehungsweise, falls ich gestern hätte. Hey, wir filmen mit meinem Handy. Ja. Ich habe das doch gesucht. Wir filmen doch damit. Hey, bist du dumm? Dir ist das auch nicht aufgefallen? Ja, hey, wie soll ich sonst ein Film? Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall. Kann das noch ein Bett werden? Alter, wie spät aber auch. Oh mein Gott. Nee, aber ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich das so vergrüht habe. Ich habe eigentlich erst überlegt. Ich weiß, das ist jetzt nicht hier so viel Geschmack. Aber ich habe erst so überlegt, diese Standard, nicht Designer-Couch, aber so Wolken-Couch. Hier so in hell, in beige. Aber ich habe zwei Tiere. Das ist nicht möglich. Das ist undankbar. Hätte ich eine weiße Couch. Deswegen, die hier ist extrem dankbar. Gestern war dankbarer Donnerstag. Grüße genauso an. Right. Übertrieben geil. Der Bingo, der kratzt hier überall rum. Kann man ja nicht verändern. Das ist halt eine Katze, ne? Aber hier sieht man nichts. So, dann haben wir hier noch wie so eine Art Beistell-Ablage. Da habe ich Kopfhörer drauf und JBL mit einem goldenen Ständer. Dann kommen wir hier zum Fernseher. Das ist auch noch nicht fertig. Also hier habe ich mir schon so ein schwarzes, langes, mattes Holzregal bestellt. Auch sehr geil. Das ist so ein bisschen Designer-in-Piece. Hummeri. Gute, gute Seite, by the way, zum Bestellen. Also ich habe hier auch zum Beispiel die Barhocker da vorne oder diesen Marmortisch, mein kleiner Nachtisch. Also richtig cool. Das kommt noch, deswegen sieht das jetzt noch ein bisschen lost aus. Aber hier haben wir meinen Detektiv Conan. Der zeigt immer auf mich, währenddem ich streame, weil er mich supportet mit dem Nackt. Hä? Hier haben wir dann noch Max seinen Hundekorb mit zwei Kuscheltieren. Die braucht er, sonst ist er nicht glücklich. Und jetzt kommen wir schon zu meinem Schmuckstück, meinem Arbeitsplatz. Hier streame ich jeden Tag, so gut wie jeden Tag. Soll ich jetzt noch Setup zu machen? Haben wir auch einen ganz strikt, ja. Wir haben hier den HP-Monitor, by the way, der gerade für meine Kameras alle zuständig ist. Hier seht ihr schon, hier werden überall eigentlich Kameras sein. Hier sind schon zwei, drüben sind auch nochmal zwei. Die sichern immer alle hier, wenn wir streamen. Da kann ich auch richtig geile Subbatons machen. Ich kann die auch Streams machen. Easy peasy. Mischpult, Mixer, Streamdeck, Kassatur. Da hinten ist eine Switch, JBL-Kopfhörer, Noble Chair. Auch ein guter, der hält auch Bingo's Kratzer sehr gut aus. Ja, so sehen meine Stühle immer aus. Aber ganz ehrlich, ich finde das nicht mal schlimm, weil das ist ein Zeichen der Liebe für Bingo, dass ich das akzeptiere und zulasse. Ja, dann habe ich hier meine Palme, mein HP-Omen, PC, das ist auch von HP. Reimt sich heute alles hier. Meine Keylight hier hinten ist eine Funkstrecke tatsächlich. Das ist ganz süß, das erinnert mich immer an einen Hasen. Das ist der Empfänger und damit kann ich dann auch immer mit der Kamera rumlaufen hier in der Wohnung. Und ja, aber ich weiß gar nicht, was da so mehr dazu erzählen geht. Natürlich das Kreative im Arm-Setup, damit ich meine Gains behalte. Ihr versteht das doch. Sonst habe ich hier noch meine kleine Figur und die habe ich alle aus Japan, aus dem Gamble-Automat gezückt. Die sind anscheinend auch immer hier, damit die mich glücklich machen, wenn ich drauf nicht bin. Ja, ich finde es aber mega toll hier. Und jetzt würde ich sagen, wir machen einen kleinen Sneak-Peak nach draußen. Das ist jetzt sehr exklusiv. Man geht hier raus und das erste, was wir sehen, ist mein Hot Tub. Oh mein Gott, meine Rouladen, da sind die auch kaputt. Oh und ja, hier ist noch ein bisschen Gartenmöbel. Aber wie gesagt, ich muss das alles ranschieben, weil es Schnee ist. Was machst du hier? Wo? Ey, haben wir aber schon die coole JBL-Box gezeigt? Was ein Bräder. Ja, eigentlich geht die an, aber hört man nicht über Video, aber ich liebe die. Die sieht auch cool aus, stylisch, schmeilig. Und ja, das war es tatsächlich mit der Offiziellen Groups 2023 von Phoebe mit ihren 17 Jahren. Ich bin auch sehr dankbar. Ich werde in, wenn ihr das Video seht, ist es vielleicht Sonntag oder so. Ich habe ein paar Tage Geburtstag, dann bin ich 18 und das ist meine zweite Wohnung. Und ich bin mit 16 ausgezogen, das ist jetzt legit meine Traumwohnung. Da fehlt natürlich noch einiges, aber das ist jetzt so der Stand nach 5, 6 Monaten. Wie lange lebe ich hier? 5 Monaten, glaube ich. Und ja, ich freue mich mega. Ich hoffe, euch hat die Viewtour gefallen. Ich würde mich sehr über einen Like nach oben freuen. Und schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren, was ihr so davon haltet. Ich bin sehr dankbar und das war es soweit. Checkt unbedingt den HP-Monitor ab. Und sonst habe ich auch nichts mehr dementsprechend hinzuzufügen. Ich kriege eine Knoche in den Kopf. Ja.